Vorwärts ist der Diktator! Yo, Fabplex, machen wir noch Lärm da! Alle Hand in die Luft, kommet! Der Diktator, der gibt lyrische Heimkicks. Darf mir vorstellen, es ist der heutige Geheimtipp. Jeder Typ wird verleidigt, bevor er heim schickt. Nur was die anderen machen, das ist schwer unbedeutend. Der Diktator, die lyrische Wundentüte. Yo, schau mal, wie ich da oben spreche. Wir haben hier den Vollhals und ich rede nicht von Pokerchips. Check, wie ich Wadschip bringe. Mach einmal Lärm für die Classic Films. Jetzt oben ist Freestyle Battle. Es werden sich die MCs voll auf den Sack geben. Das ist durch One City, One Song entstanden. Der Black Tiger hat gesagt, hey Jungs, gehen zu den Leuten. Zu den Frauen, zu den Clubs. Und wenn du etwas selbst organisierst. Ich kann ja nicht erwarten, dass das für euch organisiert wird. Ich bin eingeladen worden vom Classic Films, der das Ganze organisiert hat. Und ich bin jetzt einer von den 16 MCs, die auftreten gegeneinander. Ja, es ist halt mega so underground-Stimmig. Es ist irgendwie voll drückter Kello. Du, schwitzig, grusig, dreckig. Aber das macht es irgendwie aus, wild. Das macht den Battle viel lustiger. Das macht irgendwie so den Kampfeffekt vor dem Ganzen. Jede Rapper ist ja Huren Song. Also bitte mach Platz, Jungs. Könnt ihr mal rausgehen? In meinem Schleck, ich füge ein Klocken. Ist das denn? Jo, es ist so klein. Ich fühle mich wie bei mir zuhause. Und jeder weiss ich. Rhyme ist so geil. Ist so klein wie mein Zimmer. Ich komme nach Hause vor dir. Ja, ich gebe ihm Fakten dazu. Das ist Job im MC. Einfach mal raus, keine zuhause. Alle mal eingefestet und einverstrankt. Ich komme rein. Die sind doch alle einverjunkt.